Liebe Zuseherinnen und Zuseher, was ist gerade los mit unserem Geld, warum wird das alles weniger, was spielt sich da ab und genau zu diesem Thema, warum das alles teurer wird, haben wir heute zwei Gäste bei uns im GemeindeTV-Studio und da darf ich begrüßen Finanz- und Lebensplaner, Buchautor und Vorsorgemanager, Ingenieur Thomas Eibl. Hallo Thomas. Und dein Partner in diesem Bereich, Vermögensberater und Unternehmensberater, Christian Ebner, zweimal E steht wahrscheinlich für Erfolg, oder? Genau, genau so ist es. Danke für dein Lade. Ja, danke fürs Vorbeischauen, vielleicht am Anfang mal eine kurze Vorstellung, was sie so macht, wie sie es auf das Thema gekommen sind, es ist ja Vermögensberater oder Unternehmensberater, das sind halt so Wörter, Untertitel, wo vielleicht die erste Skepsis schon entsteht bei vielen. Warum macht es das und was macht es genau? Christian, ich fange mit dir an. Ja, in Wahrheit furchtbar, Vermögensberater, da zuckt schon jeder zusammen. Unternehmensberater kann man sich auch nicht viel vorstellen. Ich war in der Vergangenheit bei der ASFINAG, war Geschäftsführer bei der ASFINAG, war vorher Polizeioffizier, auch lange Jahre und habe mich selbstständig gemacht, weil eine Mission treibt mich an. Ich will einfach den Menschen helfen beim persönlichen Wachstum und beim finanziellen Wachstum. Wir haben ganz einfach festgestellt, der Tom und ich, dass viele Familien oftmals in Brüche gehen, viele Beziehungen in Brüche gehen aus einem einzigen Thema, nämlich die Finanzen. Weil die Leute kein Geld haben, weil die Leute am Ende des Monats streiten, weil kein Geld mehr da ist im Familienbörserl. Und da wollen wir einfach was tun dagegen und denen Leuten helfen, damit es ihnen besser geht. Also Geld, Not, Macht, auch Stress so in die Richtung. Thomas, wie siehst du das? Ich sehe das genauso. Auch aus eigener Erfahrung früher. Ich habe mir früher oder habe früher mit dem Geld nicht die Aufmerksamkeit geschenkt, was ich es vielleicht tun hätte sollen. Und ich habe eben dann besonders gemerkt in der Familiengründung, Haus bauen, dass es ein wichtiges Thema ist, dass ich mich mit dem Thema auch mehr beschäftigen sollte. Und ja, so bin ich immer mehr da reingewachsen. Das Thema hat mich immer mehr gefesselt und habe dann selbst wieder Menschen angezogen, die mich auf dieser Reise begleitet haben, auch im Bereich der finanziellen Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung. Und habe gesehen, wie wichtig und wie uns das als Familie auch geholfen hat. Und ja, ich komme ursprünglich auch aus der Technik, war viele Jahre in der Motorenentwicklung als Konstrukteur tätig und habe seit einigen Jahren eben dann gemerkt, dass das nicht mehr so mein Herzensthema ist, sondern mich auch wirklich von tiefstem Herzen heraus einfach bewegt, Menschen auf dieser Reise zu begleiten, bei ihrer finanziellen Gesundheit zu begleiten und ja, einfach Familien, Menschen, Unternehmen dabei helfen, ihren Wohlstandstempel auf ein gesundes Fundament zu bauen und aufzubauen. Also das Wort Familie ist jetzt da oft gekommen. Vielleicht da ein bisschen auf das Problem hin leuchtend, viele Familien müssen jetzt wahrscheinlich ein bisschen sparen, es wird teurer, wie wir eingangs schon gesagt haben, die Haushaltskassen werden knapper. Wird das Problem noch schlimmer? Was meinst du das da? Naja, die Inflation im letzten Jahr war im Schnitt 8,6 Prozent. Das heißt, das Geld, alles was man irgendwo am Girokonto hat, am Sparbuch hat, ganz einfach in solchen, Geldmarktinstrumenten veranlagt hat, wird definitiv weniger. Das heißt, die Situation wird sich noch nicht entspannen, wird die nächsten Monate wahrscheinlich noch weiter gehen. Wir wissen es ja, Energiepreise steigen und und und. Das heißt, das Thema ist omnipräsent. Und ich glaube, so richtig verschärfen wird es sich jetzt, wenn alle die Jahresabrechnungen von den Energieversorgungsunternehmen kriegen. Weil dort wird auf einmal ein böses Erwachen ganz einfach da sein und dann mit der Zinspolitik, steigende Zinsen, der nächste Effekt, viele Familien, die Eigentum erworben haben, Hausbau oder Wohnung, die auf einmal höhere Kredite zum Zurückzahlen haben. Das heißt, das heißt schon genau hinzuschauen, für was gibt man das Geld aus. Und da natürlich sind auch wir mit unserem Thema Finanzplanung, Lebensplanung jetzt schon am Puls der Zeit, um den Menschen zu helfen beim Sparen und damit sie von dem, was verdienen, auch nun wirklich was bleibt, um dann auch in sinnvolle Lösungen zu investieren, wo das Geld nicht weniger wird, sondern das Geld eben mehr wird, dass ich zumindest die Inflation ausgleiche. Das sollte einmal das Ziel sein. Nicht zufrieden sein mit 2% Zinsen. Bei 8% Inflation ist das noch immer kein Kurzgeschäft. Jetzt trotzdem noch weniger. Und da wollen wir ganz einfach unterstützen und helfen. Wir haben es ja schon angesprochen, viele Familien spüren das auch. Jetzt haben wir schon gehört, 8%, also viele Zahlen. Wo sieht man es praktisch? Kennt ihr es Familien, wo es wirklich eng wird? Ja, durchaus auch im Freundeskreis. Und natürlich merkt man es auch im eigenen Börser. Wenn ich mir das letzte Jahr rückblickend anschaue, dann hat man jetzt erheblich mehr Kosten wie vor einem Jahr. Und das stärkt uns, glaube ich, auch noch einmal ganz besonders in dem Thema, da jetzt einfach nur einmal zu begleiten, weil man jetzt auch sieht, wie wichtig das ist, auch finanziell gesund zu sein, finanzielle Reserven zu haben, um so schwierigere Phasen, wie wir es jetzt gerade erleben, dann auch mit einer entsprechenden Balance durchzuleben. Jetzt bietet es eine Lösung an, eine kostenfreie Lösung mit den Online-Seminaren, mit der Vortragsreihe, was ihr da jetzt habt. Wir gehen da gleich drauf ein. Wie, jetzt ganz blöd gefragt, wie kommt das an? Also wenn Familien schon so knapp sind und dann kommen zwei daher und wollen mir erzählen, wie ich mein Leben auf die Reihe kriege. Geht das so? Ja, das ist ja das Thema. Jeder glaubt immer, wenn er hört, Vermögensberater oder Finanzberater, in dem Bereich, der will mir jetzt das letzte Geld auch noch lecken. Das wollen wir eben nicht, sondern wir wollen schauen, dass es mehr wird. Wir wollen da wirklich unterstützen. Wenn du heute ein Thema hast, gehen wir in einen anderen Bereich und du brauchst da Unterstützung, dann nimmst du einen Psychologen. Oder du gehst zum Arzt. Du gehst auch wohin und holst dir fremde Hilfe. Und gerade beim Finanzthema, das ist so ein Tabu, da will man das nicht. Da will man nicht drüber reden. Man will immer noch nicht drüber reden. Da habe ich einen Kredit, da habe ich das zum Zurückzahlen, da habe ich diese Kosten oder jene. Über das reden wir nicht gern. Wir bitten einfach an, im Vertrauen hier wirklich, wir nennen es auch so, finanzielle Gesundheitsberatung. Schauen wir sich das miteinander an. Mit unserer Webinarreihe will man ganz einfach kontinuierlich das Wissen der Menschen erweitern. Erweitern, Investitionen, Wissen bringt auch immer die besten Zinsen, hat Franklin schon gesagt. Das ist nicht von uns der Sager, sondern von Benjamin Franklin. Aber das ist definitiv so. Diese finanzielle Verantwortung wahrzunehmen, das heißt einmal den ersten Schritt zu tun und sich zu informieren. Nicht daheim ins Winkerl zu setzen und zu jammern, sondern proaktiv, so wie es bei allem im Leben ist. Ich bin ja in meiner Beratung auch für das Wachstum von Menschen zuständig, Persönlichkeitsentwicklung ist mein steckendes Pferd. Da sage ich immer, es geht nur um das proaktive Tun. Nicht die Schuldigen überall sorgen, sondern ich bin selber für meine Situation verantwortlich. Und ich kann aber auch jeden Tag etwas dagegen tun oder dafür tun, dass es mir besser geht. Und da bitten wir halt dann jetzt wirklich Unterstützung auch in dem Bereich Finanzen an. Thomas, was sind ein paar so Inhalte von dieser Online-Vortragsserie? Ja, es geht generell einmal im ersten Schritt einmal auch um das Thema Einstellung. Was habe ich überhaupt für Einstellung zum Thema Geld? Das ist für uns so der erste Schritt, hier sich selbst einmal zu fragen, wie würde sich Geld bei mir fühlen, wenn es mein Partner wäre. Und dann natürlich auch über ein paar Strategien, Möglichkeiten, Systeme, die mir vorzeigen, wie man sinnvoll eben sich auch finanzielle Gesundheit schaffen kann. Bis hin dann eben auch über kurze Marktanalyse, einfach sich die Sachen anschauen, Unterschied zwischen Fonds, Aktien, was gibt es noch? Auch Immobilien, da ein bisschen einen Überblick zu bekommen, um einfach einmal eine Basis zu haben, selbst auch eine fundamentale Entscheidung treffen zu können für die eigenen Finanzen. Also das Geld als Partner, das war jetzt ein spannendes Stichwort, das habt ihr ja auf der Website irgendwo draufsteht. Geld-Mindset oder Persönlichkeit führt, Geld folgt. Was meinst du da konkret damit? Wie kann man das praktisch umsetzen? Ich habe einfach gelernt, dass Lebensqualität und Wohlstand sehr viel mit meiner Einstellung zu tun hat und das habe ich lernen dürfen von wieder anderen Unternehmen. Und ich habe gemerkt, je besser meine Einstellung zum Thema Geld ist, dass ich es jetzt nicht als etwas Negatives abstempelt, sondern als etwas Gutes, mit dem man auch Gutes bewirken kann, umso besser ist es mir auch mit meinen Finanzen gegangen und das machen wir auch da ein bisschen vom Zugang her. Vielleicht darf ich das an zwei Glaubenssätze noch verdeutlichen. Wenn ich jeden Tag sage, Geld verdirbt den Charakter, dann habe ich ein Problem. Wenn ich aber jeden Tag in der Früh sage, ich bin reich, ich bin wohlhabend, ich ziehe Geld magisch an, dann ist das ganz was anderes. Bei dem einen, Geld verdirbt den Charakter oder Geld macht nicht glücklich, da hemm ich schon den Geldfluss zu mir. Das sind ganz normale Naturgesetze. Bin ich positiv oder negativ? Wie ist mein Blickwinkel? Geld ist super. Natürlich ist es vielleicht nicht das Wichtigste im Leben. Nur eins kann ich schon sagen. Für den, der am Monatsende kein Geld mehr hat, dass er sich was zum Essen kaufen kann, da sind wir jetzt wirklich beim Armutsthema, für den ist Geld essentiell. Und da kann man nicht sagen, Geld macht nicht glücklich, weil wenn ich keines habe, dann bin ich zutiefst unglücklich. Und das ist damit gemeint. Ich brauche so dieses positive Mindset zum Thema Geld und auch zu dem Thema wird es im Webinar was geben. Also ganz ein spannender Ansatz. Einen Punkt habe ich mir da noch aufgeschrieben und zwar, wenn man jetzt eh schon knapp bei Kasse ist oder fast nichts am Konto hat und es heißt aus dem Geld mehr machen, wenn nichts da ist, wie kann man mehr machen? Passt es für diejenigen auch? Ja natürlich. Es ist ja immer so, einmal Wissen ist die Voraussetzung für Ton, für Maßnahmen, dass ich Maßnahmen ableite. Viele Leute geben ja wirklich Geld aus für was, was vielleicht nicht Sinn macht. Man kann auch das analysieren, die Kosten. Für das sind wir da, den Haushaltsplan sich einmal anzuschauen, zu durchleuchten, wo kann man sparen. Und das ist auch in ihr, glaube ich, zu glauben, nur die Reichen können sparen. Nein, ich habe viele, viele erlebt, die viel Geld verdienen und aber kein Geld haben, weil sie das Geld auch rausschmeißen beim Fenster und gar nicht überlegen. Im Gegenzug ist es wieder so, reich macht dich nur das, was du behältst von dem, was du verdienst. Und wenn es nur 10% sind und ich 10 Euro pro Monat auf Zeiten lege. Der Zinses-Zinseffekt, auch den werden wir beleuchten im Webinar, ist das ochte Weltwunder, hat der Einstein gesagt. Und wenn ich da die 10 Euro sinnvoll veranlage, ist auch wieder die Frage, wo investiere ich, dann kann ich durchaus in einigen Jahren mir schon ein kleines Kapital aufbauen, um einen Zinses-Zinseffekt, je früher, Kapital ist Zeit mit Geld, je früher ich anfange zu sparen, umso besser. Auch das sagen viele Menschen, ja, ich fange dann einmal an, wenn ich ein Geld habe, irgendwann einmal. Das ist auch schon wieder der falsche Zugang. Gibt es ja irgendwo das Beispiel, wenn man zu Jesus-Zeiten 1 Euro veranlagt hätte, hätten wir jetzt, weiß nicht wie viele, Billionen oder was. Ja, auch das haben wir im Webinar, wenn unser Großvater oder die Eltern zur Geburt eines Kindes 1.000 Euro veranlagt hätten und du gehst dann mit 65 in Pension an, was wurde aus den 1.000 Euro, wann in Pension gehen mit 65 Jahren? Und da beleuchtet man den Unterschied, ob ich es am Sparbuch habe, ob ich es investiert habe in Aktien, ob ich es investiert habe in Anleihen und dann noch speziell, wenn ich es nur am amerikanischen oder am Weltmarkt investiert gehabt habe und wir verraten das Ergebnis nicht. Das gibt es dann am 1. März um 18 Uhr in unserem Webinar zu sehen, aber das ist durchaus spannend. Da sind wir dann schon gespannt, ganz zum Schluss noch und ganz kurz bitte, einen wichtigsten Tipp, der euch finanziell am meisten weitergebracht hat, Thomas? Der wichtigste Tipp für mich war, überhaupt einmal mit dem Thema zu beginnen. Ich habe mich seit meinem 18. Lebensjahr mit dem Thema beschäftigt. Ich glaube, das ist der erste Schritt und war immer investiert in unterschiedlichsten Instrumenten und war immer, ich nenne es wirklich so, neugierig auf, wie funktioniert der Kapitalmarkt, hoppala, und habe mich immer mit dem Thema auseinandergesetzt und ich glaube, das ist der erste Schritt und insofern ja, nur mal auch die Einladung an alle, zu unseren Webinaren zu kommen. Wir haben es jeden ersten Mittwoch im Monat und auf unserer Website kann man sich ja anmelden. Kostet nichts und bringt aber irrsinnig viel. Also Energie ist da, das sehen wir schon, oder die Deko 2 am Mann. Energie ohne Ende. Herzlichen Dank fürs Vorbeischauen bei uns im GemeindeTV-Studio. Ich glaube, wertvolle Tipps sind dabei. Wir packen den Link auch unter die Videobeschreibung und ja, danke für Tipps und Tricks. Danke für die Einladung. Wir danken auch für die Einladung. Danke.